100 Schüler bekommen Startpakete für die Schule, die Schule beginnt ja jetzt im neuen Jahr, bekommen Startpakete, das ist für, wie alt sind die Schüler? Das ist 5 Jahre alt und das ist älter. Ja, das ist 6, das ist 10. Und da gibt es Schulpakete und hier haben wir noch für weitere 100 Familien so Lebensmittelpakete mit Reis, Milchpulver und so weiter und so fort. Die Leute müssen, nur die Leute, die so einen Zettel haben, so eine Einladung haben, die müssen sich hier eintragen, Name, Adresse, Schule, Dorf, hier ist genau aufgelistet, was sie bekommen, Reis, wie schon angeführt und mit diesem Zettel bekommen sie dann eine große Übergabe, das machen wir in einer Veranstaltungshalle der Schule, bekommen die armen Leute diese Unterstützung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018